Willkommen zu InTune, dem Podcast, der die Musikerinnen und Musiker aus deiner Region direkt zu dir bringt. Hier erfährst du, wer die Newcomer auf der Bühne sind, bevor du sie live erlebst und hörst von den Alteingesessenen, die ihre Erfahrung und Geschichten mit uns teilen. Unsere Mission, die Nachwuchsförderung und Vernetzung unter Musikschaffenden vorantreiben und damit die lokale Musikszene wieder zum Leben erwecken. Wir wollen, dass Künstler sich auf das konzentrieren können, was ihnen am meisten Spaß macht. Veranstalter sich über volle Häuser freuen und Besucher mit einem Lächeln nach Hause gehen. Und jetzt? Bühne frei für deinen Host, Alistair Sings. Susanne, wollen wir mal loslegen? Ja. Gut, dann machen wir das jetzt offiziell sozusagen. Okay. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Bisschen länger gedauert, bis wir dann irgendwie übereinander gekommen sind. Mhm. Zu tun oder so, aber umso schöner, dass wir jetzt die Reihe vorsetzen können. Also ich habe es genannt, Powerfrauen der Meller Musikszene. Okay. Das ist jetzt so ein netter Aufhängsel, das kommt vielleicht gut im Blog und sowas in Social Media. Aber im Prinzip soll es jetzt um deine Geschichte gehen. Okay, macht gar keinen Druck. Nein, alles gut. Ganz entspannt. Also, wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Okay. Das ging eigentlich schon los in meiner Schulzeit. Ich hatte das große Glück in meiner Schulzeit, dass ich einen super Musiklehrer hatte. Da habe ich eigentlich immer schon gemerkt, dass ich ein ganz gutes Rhythmusgefühl hatte und dass mir Musik Spaß gemacht hat. Dieser Musiklehrer, das war eine ganz lustige Geschichte, dem bin ich begegnet mal in Melle auf dem Markt, als ich da einkaufen war. Und da war ich schon aus der Schulzeit raus und dann hat er mich gefragt, wie es mir geht und haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann sagte er, Mensch, in Riemsloh, da entsteht so ein Musikverein. Und da gibt es eine Band, die suchen noch einen Bassisten oder Bassistin. Und da habe ich gesagt, grundsätzlich ja, aber kann ich nicht spielen. Na, dann lernst du das. Komm doch einfach mal vorbei. Ja, und dann bin ich eben dann da mal hingefahren. Wir haben immer dienstagsabends die Probe gehabt. Ich dann da rein, ohne Ahnung. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut. Und schneller, als ich gucken konnte, hatte ich dann einen E-Bass. Habe dann auch bei ihm ein klein bisschen Unterricht genommen. Und wirklich von 0,0 zu, ich konnte so ein bisschen was begleiten. Da kam mir natürlich dann diese Rhythmusgeschichte, dass ich das ganz gut konnte, zugute. Ja, und das habe ich dann weiter ausgebaut. Und wie das dann so ist im Laufe der Zeit, irgendwann bröselte dann diese Band dann mal auseinander. Und dann habe ich auch viele Jahre nichts gemacht. Und bin dann aber mal auf einem Konzert gewesen von den Tuning Frogs, von dem Chor in Melle. Und war total begeistert. Und am Ende ihres Konzertes haben die gesagt, wir suchen immer noch neue Mitglieder. Das hat mich dann sehr inspiriert. Und die haben mittwochsabends geprobt in der Bismarckstraße in Melle. Und haben dann gesagt, wer Lust hat, kommt einfach mal vorbei. Dann habe ich das gemacht, mittwochsabends halb acht. Bin ich dann da gewesen, wurde auch ganz, ganz herzlich aufgenommen. Ja, und das war dann der Start in ein sehr, sehr schönes, ich glaube auch fast zehnjähriges Chorleben. Dann war es so, dass ich auf einem 50. Geburtstag war von Freunden. Und dort spielte dann eine Band. Und das hat mich auch sehr begeistert. Ich glaube, ich war an dem Abend die treuste Tänzerin, weil es waren gefühlt draußen 35 Grad. Und alle waren draußen und wenig waren drin. Und ich war halt drin, weil wenn irgendwo Musik ist, muss ich tanzen. Es geht nicht anders. Bin ich dann kurz nach diesem Auftritt angesprochen worden, auch von der Band, dass sie eine Sängerin suchen würden. Ja, und ob ich nicht mal Lust hätte, vorbeizukommen. Und dann habe ich mich dieser Herausforderung auch noch gestellt, ein kleines Casting beim Singen. Das war dann, muss ich ehrlich sagen, die aufregendste Situation. Ich habe mich mit zwei Stücken vorbereitet. Ja, und so bin ich dann zu dieser Band gekommen und habe dann beides parallel gemacht. Einmal den Chor und die Band. Und das war natürlich dann auch relativ zeitaufwendig. Ja, und dann kam eine Zeit, von der wir alle wissen, dass alles irgendwie mal zusammenbrach. Und wir alle zu dieser Zwangspause gezwungen wurden. Und ja, somit lag dann auch beides brach. Und danach musste ich dann aus zeitlichen Gründen auch ein bisschen die Entscheidung treffen, was mache ich jetzt weiter, Chor oder Band. Und weil ich es einfach liebe, zu singen und das auch immer schon mal ein Traum von mir war, habe ich mich dann für die Band entschieden. Und da bin ich jetzt immer noch bei und das macht total viel Spaß. Das war so bis jetzt mein Musikleben. Was hast du jetzt nicht weitergemacht? Das hast du irgendwann mal sein lassen? Ja, das habe ich dann sein lassen. Und zwar, als diese Band dann auseinandergebröselt ist, habe ich den erst noch ein bisschen behalten und habe dann gedacht, ach, das machst du noch weiter. Aber wie das so ist, wenn man es nicht braucht. Ich habe es dann nicht weitergemacht, nee. Ich habe dann irgendwann, also ich habe drei Kinder und die haben natürlich auch dann die Liebe zur Musik auch ein bisschen mit entdeckt. Wir haben das natürlich als Eltern auch forciert. Und dann stand ruckzuck ein Schlagzeug im Wohnzimmer, weil der Papa Schlagzeuger ist und dann irgendwann auch ein Klavier. Ein Klavierlehrer kam ins Haus, da habe ich dann nochmal versucht, Klavier zu spielen. Aber das ist auch gescheitert, einfach an der Zeit, weil man dafür so viel Zeit braucht. Und die hatte ich nicht. Und deswegen bin ich jetzt beim Singen geblieben, was mir auch sehr gut gefällt. Die Schule, da ging es ja eigentlich los. Welche Schule war das? Das war die Realschule in Neunkirchen. Und ja, der Musiklehrer war damals Willi Rebnack, in der Meller Musikszene natürlich auch sehr bekannt. Und ja, ein ganz, ganz toller Musiklehrer. Und da war Musik auch eins meiner Lieblingsfächer. Fand ich total super. Wie war der Musikunterricht damals in der Schule? Wie hat sich das so gestaltet? So der Unterschied von damals und heute und wie man das so besser gestalten könnte in der Schule. Wie war es damals? Also ich weiß, dass Willi uns immer die Liebe zu den Instrumenten beigebracht hat. Wir haben einfach die Instrumente in die Hand bekommen und zwar immer ziemlich viele. Und was ich super fand, wir durften einfach ausprobieren. Natürlich ist Musiktheorie in der Schule auch wichtig, keine Frage. Aber es geht ja immer darum, wie schaffe ich es, den Menschen und hier den Kindern die Musik beizubringen. Und das geht meines Erachtens am besten über die Begeisterung. Und ich bin dann bereit, etwas zu lernen, wenn ich für irgendetwas begeistert bin. Und die Begeisterung kommt durchs Tun. Ich kann noch tausendmal irgendwelche Noten auswendig lernen und irgendwelche Rhythmen klatschen. Wenn ich es aber ausprobieren darf am Instrument und ich sehe das Warum dahinter, warum lerne ich das jetzt hier, ist natürlich die Motivation viel größer. Und das hat der super rübergebracht. Du hast ja selbst Kinder, kannst also jetzt einen direkten Vergleich von damals zu heute Musikunterricht. Ist da ein Unterschied? Das ist leider, also kann ich nicht so richtig, weil ich das mit den Kindern nicht thematisiert habe. Weil es aber auch nicht nötig war, weil sie ja hier zu Hause durch die Instrumente, die wir hier hatten, also wir waren da auch als Eltern immer sehr tolerant. Also die Menschen haben auch teilweise gestaunt, wenn so ein Schlagzeug im Wohnzimmer steht. Das hat ja schon Wumms, wenn dann geübt wird und dann das Klavier noch daneben. Aber somit war Musik auch immer ein Teil in der Familie. Dadurch, dass der Papa Schlagzeug spielt und ich halt singe, sind die auch immer damit, auch immer mit dem Thema Band und Auftritt eben in Kontakt gekommen. Und wie der Unterricht war, weiß ich nicht, weil das Thema Musik spielte sich mehr hier zu Hause ab und ja, nicht so sehr in der Schule. Es war nicht so viel Thema hier bei uns. Hast du die oder habt ihr die dann selbst Musikunterricht gegeben oder so ein bisschen beigebracht oder haben sie dann irgendwie extern, privat noch Musikschule gehabt? Also die Kinder sind damals in der Musikschule gewesen, die hier in Riemslö im Kindergarten angeboten wurde. Das war dann so für die ganz Kleinen, so eine Musikschule. Da ging das schon los. Und später war es dann so, dass wir wussten, dass es wichtig ist für Kinder, dass sie besser lernen können, wenn sie irgendetwas machen, was so über Kreuz geht. Und unser Ältester hatte damals so ein bisschen Probleme, rechts und links auseinander zu halten. Und irgendwann wurde uns dann mal gesagt, das könnt ihr kompensieren, wenn er irgendwelche Sachen macht, wo er rechts und links über Kreuz macht. Ja, und was ist natürlich dann das Naheliegendste, wenn der Papa Schlagzeuger ist? Kommt natürlich ein Schlagzeug ins Wohnzimmer, weil dann hat man ja nicht nur rechts und links über Kreuz, sondern auch noch oben und unten. Und das war natürlich super. Und dann haben wir damals einen Studenten gehabt, einen Musikstudenten, der dann unserem Ältesten dann den Schlagzeugunterricht gegeben hat. Und dann ruhte das aber auch eine Zeit. Und als dann die anderen beiden nachzogen, da ging es dann weiter mit unserer Tochter. Also der Älteste ist ein Sohn, der hat Schlagzeug gemacht und dann später auch Klavier. Unsere Tochter auch Klavier und unser drittes Kind, das ist auch wieder ein Junge, der hat dann auch erst Schlagzeug gemacht und dann aber auch Klavier. Also es pendelte immer so ein bisschen. Und wir haben das nicht beigebracht. Einmal, weil wir da keinen Musikunterricht geben können. Es sollte dann auch schon ein bisschen, ja, ein bisschen vernünftig sein. Und naja, du weißt ja selber, wenn Eltern Kinder was beibringen wollen, birgt das natürlich auch Konfliktpotenzial. Und wenn man dann sagen soll, übt mal, dann ist es besser, wenn das einen Musiklehrer macht, als wenn dann die eigenen Eltern kommen. Üben und Singen ist auch so eine Sache. Also ich bekomme zu Hause auch öfter schiefe Blicke, wenn ich da meine Skalen übe oder sonst irgendwelche Sachen da mache oder ausprobiere. Wie ist es bei dir? Wie oft übst du und wie übst du zu Hause? Oder wie geht das denn hier zu Hause ab? Ja, da habe ich drei Übungsfelder. Das erste ist das Auto. Ich liebe es, wenn ich Auto fahre, zu singen. Ich habe meine Playlists, also jetzt nicht nur von der Band, sondern auch andere und ich singe wirklich sehr, sehr gerne. Und somit ist das ein Thema im Auto. Das hat natürlich jetzt nicht so den Übungscharakter. Das richtige Üben, das kommt, ich habe das Glück, wir haben hier im Haus so einen kleinen Partyraum und da habe ich so eine große Musikbox. Da kann ich dann per Bluetooth mein Handy anschließen und ich habe dann ein Mikro, was ich dann zuschalten kann. Und so übe ich in der Tat, dass ich die Lieder dann laufen lasse und dann dazu übers Mikro dann singe und dann auch wirklich, ja, wirklich auch richtig die Stücke übe. Dann auch teilweise ohne Text. Und ja, ich nutze einfach jede Gelegenheit. Ich sage mal, ich putze auch gerne mit Musik und dann wird gesungen. Also die Nachbarn hören immer gute Musik, ob sie wollen oder nicht. Hört sich gut an. Ja, Musik und putzen, singen und putzen, ja, kann ich. Das macht es ein bisschen einfacher, weißt du. Ja, ist so. Es geht so. Du bist dann irgendwann zum Thema Chor, Tuning Forks gekommen. Was hat dich denn daran so begeistert, dass du da mitmachen wolltest? Also erst mal hat mich begeistert, dass die auch nicht nur A Cappella singen, sondern auch Musiker dabei hatten. Das fand ich ein bisschen außergewöhnlich, fand ich sehr gut. Die Stückauswahl fand ich gut. Das war jetzt nicht so das, was ich sonst so von Chören kannte. Das ist so, ja, ich sage mal Kirchenlieder. Das war immer so ein bisschen das. Es war sehr abwechslungsreich, es war sehr interessant. Es waren sehr schöne Stücke, die ich dann auch so gehört habe, wie ich sie vorher noch nie gehört habe. Und wenn man sieht, was so ein Chor aus so einem Stück machen kann, hat mich das sehr begeistert. Und vor allen Dingen auch dieses Mehrstimmige, weil ich es sehr schön finde, wenn mehrstimmig gesungen wird. Das mache ich selbst auch sehr gerne. Ja, und ich fand, die haben das einfach super rübergebracht. Und da habe ich gedacht, da will ich mitmachen. Wie sah das so altersmäßig aus in Bezug auf Nachwuchs? Hattet ihr genug Nachwuchs? Jungere Leute, die ja mitgemacht haben, war es eher schwierig. Wie sah es dann damals aus? Das gab unterschiedliche Phasen. Ich war ja sehr, sehr lange dabei. Ich glaube, zehn Jahre bin ich dabei gewesen. Mal war es so, dass dann, wie das so ist im Leben, dann hören plötzlich mal welche auf, weil sie wegziehen, weil sie keine Lust mehr haben, weil sie irgendwas anderes machen wollen. Und dann haben wir Phasen gehabt, wo wir gedacht haben, okay, jetzt müssen wir aber hier mal wieder neue Chormitglieder finden. Was immer rar war, waren Männer. Also Bass und Tenor war immer natürlich herzlich willkommen. Und dann gab es aber auch schon Phasen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt hatten wir mehrere, die dazugekommen sind und jetzt ist erst mal Aufnahme stopp. Also wir hatten alles in der Zeit, wo ich dabei war. Und vom Alter her war das auch sehr schön. Es gab die sogenannten Küken, die dazwischen waren. Und aber auch, ja, welche bis, ich sag mal, bis ins Rentenalter rein. Es gab alles. Und das ist ja auch das Besondere an so einem Chor. Es ist unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Hobbys. Und aber die singen, das vereint. Und ein Chor ist irgendwann dann mal wirklich wie so eine große Familie. Das ist echt was ganz Besonderes. Das habe ich immer sehr geliebt. Wir haben dann auch Chorwochenenden gemacht, einmal im Jahr. Ja, ist man dann auch wie in so einer anderen Welt. Da ist alles andere dann mal egal. Da gibt es dann in dem Moment nur den Chor und dann die Familie Chor. Und das sind auch sehr intensive Begegnungen und auch eine sehr vertraute Atmosphäre auch in so einem Chor. Kann man irgendwie nicht beschreiben, muss man erleben. Was sind denn deine Einflüsse? Ja, also ich gehöre ja noch zu den Menschen, die noch wissen, was ein Walkman ist. Also die Einflüsse, ich habe es von zu Hause aus gar nicht mitbekommen. Da war Musik, obwohl gar nicht, kann ich nicht sagen, meine Eltern, mein Papa war Jäger und meine Eltern waren bei den Jachthornbläsern. Das hat mich nie so richtig begeistert, aber da kann man sagen, ein bisschen Musik war schon da. Aber ansonsten spielte Musik bei uns so im Elternhaus nicht so eine große Rolle. Das war bei uns dann schon anders, weil wir mit den Kindern auch immer gesungen haben, besonders Advent, Weihnachtszeit und so. Da spielte das schon eine Rolle. In meiner Jugendzeit, ja, habe ich auch gerne Musik gehört, aber ich würde sagen, jetzt nicht übermäßig viel. Nee, das war jetzt nicht so. Das kam dann, als ich mit 16, wie gesagt, in diese besagte Band reingekommen bin. Da fing das so ein bisschen an und ja, hat sich dann ab dann so entwickelt. Hast du eine Lieblingssängerin? Nee, das kann ich so nicht sagen. Nee, das habe ich nicht. Also ich bin da, glaube ich, auch relativ breit aufgestellt. Ich mag auch unterschiedliche, was ist die Mehrzahl von Genres? Genau, also da mag ich eigentlich ziemlich viel. Wo es bei mir aufhört, wenn es zu heftig wird in die Rockrichtung, da bin ich dann raus. Also wenn es jetzt gar zu heftig wird. Aber ansonsten mag ich ziemlich viele Musikrichtungen und nee, so eine richtige super Lieblingssängerin habe ich nicht, aber auch keinen Sänger. Also da lasse ich mich schon von mehreren begeistern. Wie hast du denn Musik konsumiert? Also am Anfang waren es natürlich die Kassetten mit so einem klassischen Kassettenrekorder, wie wir den halt so hatten, in meinem Zimmer früher. Und als die CDs aufkamen, natürlich dann auch CDs. Und ich erinnere mich, wenn ich früher auch schon in meinem Elternhaus noch dann so meinen wöchentlichen Aufgaben nachkommen musste, was das Putzen und Saubermachen angeht, da hatten wir dann unsere festen Aufgaben, dann gehörte da auch immer schon Musik zu und dann auch gerne laut. Und das habe ich auch bis heute eigentlich so beibehalten. Genau, also ich würde sagen, erst Kassette, dann CD, Radio, nicht so sehr auch, aber mich stört dann das Gequatsche zwischendurch. Da habe ich gerne dann ein Stück nach dem anderen. Und wie ist es heute? Heute habe ich einige Playlists und die lasse ich dann gerne laufen. Und wenn ich ein tolles Stück höre, kommt das dazu. Und manchmal kommt das, was ich nicht mehr hören kann, fliegt dann raus. Und das läuft eigentlich dann, in Schleife. Ja, natürlich eine für die Band, ist klar. Und dann noch so zwei, drei andere. Eine explizit, wenn ich laufen gehe, wenn ich Sport mache und eine dann noch fürs Auto. Genau, eine für Klassik habe ich sogar in der Tat. Und ja, eine mit Weihnachtsliedern. Also so ein bisschen. Kommt ja bald wieder. Kommt auch bald wieder, genau. Ja, und ich mache das eigentlich so, wenn ich irgendwas höre, was mir gefällt, kommt das da dann neu mit rein. Du sagtest Playlist. Also ich nehme an, wir sprechen jetzt von Streamingdienste oder stellst du die noch zusammen auf eine CD brennen? Nein, das mache ich nicht. Ich glaube, das würde nichts werden. Und deine Kinder? Wie machen die das? Genauso. Auch mit Streamingdiensten? Ja, genau. Was ist deine Einstellung zum Thema Streamingdienste? Und ja, der Wegfall würde ich nicht sagen, aber dass CDs, physischen Tonträger ja mehr oder weniger in den Hintergrund gerückt sind mittlerweile. Also das kann man ja ähnlich sehen wie beim Fotografieren. Das ist natürlich für die ganz blöd, die davon leben mussten, mussten, leben müssen, noch leben müssten vielleicht. Also was soll ich sagen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd zu sagen, es ist sowieso nicht aufzuhalten, aber ich glaube, es ist sowieso nicht aufzuhalten. Oder es war nicht aufzuhalten. Alles, was das so unglaublich praktisch macht, ist vielleicht ein bisschen egoistisch und ist vielleicht auch nicht richtig, wie vieles andere auch. Da kann man ja, könnte man jetzt ja nochmal wieder ganz, ganz lange drüber sprechen. Viele Dinge, die da auch in diese Richtung nicht richtig sind, gerade auch was das Thema, wo kaufe ich ein und so weiter, geht ja auch in diese Richtung. Finde ich ein bisschen schwierig, weil eigentlich müsste man jetzt sagen, man unterstützt es nicht, aber ich tue es. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil es einfach praktisch ist, weil es einfach ist. Ja, und weil es auch günstig ist. Du bist irgendwann mal zum Band Under Construction gekommen. Genau. Wie überhaupt? Und wie ist das überhaupt zustande gekommen? Hast du lange überlegen müssen? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also das war so, wie gesagt, ich war auf dieser Party, die haben gespielt auf dem doppelten 50. Geburtstag. Das war die Party, von der ich eben sprach, wo ich die treue Tänzerin war, mit ein paar anderen noch. Aber die meisten haben sich halt draußen aufgehalten und wenn irgendwo Musik ist, dann geht es nicht anders, dann muss ich tanzen. Und dann ist es mir auch egal, ob es eigentlich zu warm ist, dass man raus müsste. Ja, und ich glaube, dass das damals so war, dass ich dem Pianisten vielleicht ein bisschen beeindruckt habe, auch, dass ich einige Stücke auch auswendig kannte, weil ich halt viel höre und selber auch gerne und viel singe da auch schon. Wenn ich dann tanze und ich kenne das Stück, singe ich mit. Und ich glaube, das hat er beobachtet. Und ein paar Tage später hatte er mich dann über Facebook angeschrieben. Hallo Susanne, wir sind uns da begegnet auf dem Geburtstag und wir suchen eine Sängerin. Hättest du nicht mal Lust, das auszuprobieren? Und dann habe ich gesagt, habe ich zurückgeschrieben? Ja, sehr gerne, aber ich bin mir sehr sicher, es gibt bessere Stimmen als meine. Ich singe zwar gerne, ich singe auch sicher, ich treffe auch die Töne, ich bin auch rhythmisch jetzt nicht ganz unbegabt, aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Und dann hat er gesagt, doch, mach doch mal und komm vorbei. Ja, und das habe ich dann gemacht. Dann haben wir uns auf zwei Stücke geeinigt, die ich dann geübt habe und dann haben wir die an dem Abend gemacht und das war natürlich ein bisschen, da war ich schon ein bisschen auch echt aufgeregt. Aber ich habe mir gedacht, tja, was hast du zu verlieren? Ich habe aber auch darum gebeten, wenn es nicht ist, dann bitte echt auch sagen. Und ich finde immer, das macht es so ein bisschen schwierig für die Sänger oder Sängerinnen, wenn das Instrument nicht gut klingt, dann ist es das Instrument, was nicht klingt. Wenn man singt und man singt schief, trifft die Töne nicht oder verpasst irgendwas oder verhasst Bild ein Stück, ist das, finde ich jedenfalls, plötzlich sehr persönlich. Das ist was anderes, als wenn man ein Instrument spielt. Ja, das war meine erste Begegnung mit der Band und als sie dann gesagt haben, wir können uns das durchaus vorstellen, habe ich mich echt gefreut, weil das war immer auch so ein, ja, so ein kleiner Traum von mir, in einer Band zu singen und das liebe ich wirklich sehr. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch schon einige Auftritte zusammen gehabt. Natürlich bin ich auch jedes Mal vorher aufgeregt. Klar, wenn da so wie jetzt letzten August, haben wir in Welling gespielt, irgendwie gab es dann so eine Zahl zwischen sechs und siebenhundert Leuten. Das macht was mit mir, wenn ich dann da oben auf der Bühne stehe und ich weiß, von den sechshundert gucken mich jetzt hundert an. Das muss jetzt klappen. Aber es macht einfach total viel Spaß. Ich finde es super, Menschen zum Tanzen zu bewegen, sie zum Singen zu bewegen und ja, wenn man dann hinterher hört, war das ein schöner Abend. Danke, das hat total Spaß gemacht. Ist das schon etwas sehr Besonderes. Wie gehst du denn mit dieser Nervosität um? Nervosität vor dem Auftritt ist immer so ein Thema. Wie gehst du da persönlich mit um? Hast du ein paar Tipps, Tricks oder sowas? Was machst du? Hast du ein Ritual, bevor du da auf die Bühne gehst oder sowas in der Richtung? Also erstmal ist Nervosität ja auch etwas, was dazugehört und was auch sein muss, weil das hebt ja den Adrenalinspiegel ein bisschen an und macht hochkonzentriert. Also es gehört dazu und es ist wichtig, wenn man das nicht hätte. Es lässt natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen nach. Also was ganz praktisch ist oder ganz pragmatisch, tief durchatmen. Einfach ein paar Mal vorher tief durchatmen. Aber ich finde auch, man muss sich dann immer überlegen oder ich überlege mir dann immer, da unten sind jetzt Menschen, die wollen Spaß haben, die wollen ein bisschen tanzen, die wollen ein bisschen gute Musik hören und natürlich gibt es immer auch mal wieder Menschen, die kritisch sind. aber ich denke mir dann immer, dann komm doch mal rauf und mach mal grad. Also vielleicht ist es auch ganz gut, mit dieser Haltung da ranzugehen und die meisten, die da unten sind, sind uns und somit ja auch mir wohlgesonnen. Das sind viele Menschen, die man kennt und auch viele Freunde, die dann natürlich auch dazukommen, weil sie einen sehen wollen. Und oft ist es so, dass wenn man selber merkt, oh, jetzt habe ich da was verhaspelt, es merkt keiner. Wichtig ist eben dann weitermachen und sich nichts anmerken lassen und das passiert halt und ist mir auch schon passiert bei einem Stück, was ich eigentlich total gut kann, Like the way I do von Melissa Etheridge. Also das habe ich einmal voll versemmelt und ja, habe dann hinterher mal so gefragt und die meisten haben es überhaupt nicht gemerkt. Ja, eigentlich ist es doch so, die wollen alle ein bisschen Spaß haben und vielleicht ein bisschen mit heiterer Gelassenheit daran gehen und sagen, wenn was ist, dann ist das so, geht die Welt auch nicht von unter. Und einfach machen. Kennst du die Muckerpolizei? Schon mal von gehört? Ja. Also weißt, was ich damit meine. Ich weiß, was du damit meinst, ja. Weil Thema, was du eben sagtest, ist 100 Prozent richtig. Also ich sage mal, Normalo-Publikum, die da zum Feiern, zum Tanzen und Trinken da sind, die sind meistens sehr dankbar dafür, dass jemand Musik macht und sind nicht so kritisch. Aber es gibt ja diese Faktion Musiker, die auch in Bands spielen und sowas, die sehr häufig auch am kritischsten sind. Wie gehst du denn damit um? Oder blendest du das einfach aus? Nee, das blende ich nicht aus. Also es ist noch niemand auf mich zugekommen und hat gesagt, das war aber jetzt echt richtig blöd. Ob das schon mal jemand gesagt hat, weiß ich nicht. Aber also ich kann ja jetzt auch nur für mich sprechen. Das, was ich da mittlerweile mache und was wir uns da aufgebaut haben, das macht mir so viel Spaß, dass ich einfach denke, Kritiker gibt es immer und überall und ich will nicht sagen, es ist mir egal, niemand wird gerne kritisiert, ich auch nicht. Aber ich versuche das dann ins Verhältnis zu setzen zu den vielen anderen, denen ich an dem Abend dann Freude gemacht habe und dann relativiert sich das und die wird es immer geben und damit muss man sich einfach abfinden und ich will nicht sagen, es ist mir egal, aber ja, dann ist das eben so. Dann, weil ich weiß, niemand ist perfekt und ich bin kein Profimusiker, will ich auch nicht werden, es macht mir viel Spaß und ich glaube, das, was du sagst, man möchte ja auch andere Menschen dazu bewegen und Perfektionismus ist da ja vielleicht dann auch, naja, oder wenn es mal nicht perfekt ist, ist es doch auch gut. Das kann dann ja wieder auch vielleicht ein Stück weit dazu beitragen, dass man sagt, ja, andere sind auch nicht immer perfekt und jetzt machen wir das auch mal. Ich bin mir selbst mein größter Kritiker, trage das aber auch gerne auch mal ein bisschen nach außen. Also ich bin sehr kritisch anderer Bands gegenüber in ihrem Performance. Ich gucke mir die an und dann, ich analysiere gerne und dann, es ist ja nicht, dass ich denen gegenüber jetzt sage, ihr seid scheiße oder, ne, ihr habt da irgendwie verkackt. Ne, ich gucke mir das an und dann trage ich das mit bei mir zu Hause und sage so, so wird es bei mir auf jeden Fall nicht werden. Also ich nehme das so ein bisschen als Ansporn, aber diese Kritik und dieser Vergleich ist da und da ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich das mache. Es ist keine gute Sache, das weiß ich, aber wie gesagt, ich bin mit mir selbst noch kritischer, was sowas anbelangt. Aber ist ja auch gut, wenn du es so ehrlich sagst und ehrlich siehst, ne? Wie bereitest du denn so bestimmte Sachen, ganz besonders neue Sachen, Sachen, die dir vielleicht nicht unbedingt liegen, aber man sagt als Band, als Einheit, das muss man jetzt machen, ist gerade total angesagt und du sagst, hm, weiß ich nicht, ist nicht so meins, aber ziehst es trotzdem durch. Gibt es da irgendwie, hast du eine Methode, damit umzugehen? Ja, also kann ich sagen, ja, wir hatten mal ein Stück, wo ich dachte, kenne ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich auch nicht, ob ich das kann und ich habe das dann so gemacht, ich habe dann versucht, mich in das Stück zu verlieben und das ist mir dann auch gelungen und heute finde ich es richtig, richtig gut und ich muss aber auch sagen, es gelingt auch nicht jedes Mal gleich und das wissen wir ja auch, ne? Gerade so als Sänger, Sängerin, ist ja auch, hängt ja auch viel von der Gesamtkonstitution ab. Es gibt manchmal Proben, da kann man sagen, boah, das war heute Abend richtig klasse, hat alles geklappt und dann gibt es immer so, wo Proben auch mal, wo ich denke, boah, das können wir jetzt heute mal vergessen, wird heute auch nichts mehr. Also das gibt es auch und das gibt es natürlich auch nicht so extrem, weil da natürlich die Aufregung auch eine Rolle spielt, aber gibt es natürlich auch beim Auftritt mal, dass man Tage oder Phasen hat, wo es dann eben halt vielleicht mal nicht ganz so gut klappt, aber wenn ich so ein Stück habe, was schwer fällt oder schwerer fällt, dann wird es natürlich umso intensiver geübt und ich muss sagen, da bin ich ja dann auch so, dass ich denke, okay, das wollen wir doch mal sehen, ob das wirklich nicht geht und das spornt mich dann auch noch mal an und dann wird das geübt und vielleicht gegebenenfalls, wenn es mal zu hoch geht oder zu heftig ist, ein bisschen abgewandelt, da hat man ja auch noch die Möglichkeit, dass man so ein bisschen auch noch was steuern kann. Ich weiß von meinem Interview mit der, also ich habe mit der Kern gesprochen im Interview. Du warst natürlich auch nicht dabei, deswegen sitzen wir heute hier. Deswegen weiß ich, ihr probt relativ oft. Straight, also ihr habt einen festen Termin. Ja. Was ist dir lieber, Proben oder Auftreten? Das finde ich eine schwierige Frage. Also Proben macht total viel Spaß. Ich freue mich wirklich auf jede Probe, weil ich finde, wenn man dann in diesen Probenraum geht, es ist dunkel, die Fenster sind zu, da sind wir dann so unter uns und keiner kriegt was mit. Das ist mal wie so eine andere Welt, in der man sich auf das dann vorbereitet, was man draußen präsentiert. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich finde, die Proben sind eine Vorbereitung dann auf den Auftritt und beides ist gleich wichtig und beides macht gleich viel Spaß. Wobei ich sagen muss, der schönste Moment ist natürlich immer der, wenn wir lange geprobt haben, der Auftritt hat geklappt, er ist vorbei, man steht da und nebeneinander, du kennst das und ja, verbeugt sich vor dem Publikum, alle klatschen und man weiß, so das war gut gelungen, wieder ein schöner Abend. Das macht es dann rund und ich würde das gar nicht differenzieren wollen, sondern ich würde sagen, es ist eine Einheit und das gehört eigentlich zusammen und das endet dann in dem Auftritt und in diesem Finale und nach dem Auftritt bis vor dem Auftritt, dann bespricht man kurz noch ein paar Sachen, gibt es vielleicht auch ein, zwei neue Stücke und dann geht es weiter bis zum nächsten Auftritt wieder. Vielleicht kennst du das ja auch, Kinder zu Hause, die Musik machen, Instrumente spielen, die eigentlich Lust haben, aber kommen vielleicht nicht aus dem Wohnzimmer, aus dem Proberaum, aus dem Keller, kommen nicht raus und gehen nicht auf die Bühne. Warum könnte das sein? Hast du da vielleicht mal Theorie oder ein bisschen drüber nachgedacht? Also im Rahmen dieser Musikschule, die die hatten und dann auch später mit dem Musiklehrer, den wir hier hatten, gab es dann immer vor den Ferien, ich glaube zweimal im Jahr, so ein Vorspielen für die Eltern. Das fand ich natürlich schon mal sehr super von der Musikschule und von dem Musiklehrer, weil die Kinder dann ja lernen, ich habe etwas geübt und ich weiß jetzt auch, wofür ich das mache und andere kommen mal und schauen sich das an. Das nimmt man natürlich auch ein bisschen die Angst vor der Bühne. Also es gibt ja auch Schulbands. Vielleicht ist das auch so eine Aufgabe der Schule noch so ein bisschen mehr, wobei ich denen da jetzt auch nicht zu nahe treten will, weil ich einfach nicht genügend darüber weiß, aber die Aufgabe der Schule, ich formuliere es mal so, sollte sein, Kinder schon für Musik zu begeistern. Weil wenn ich sehe, wie viele Stunden auch natürlich unsere Kinder teilweise vor sozialen Medien sitzen, ich meine wir ja auch und wir machen es ja auch vor, aber wir machen halt auch Musik und Musik ist einfach auch ein wunderbares Hobby, was ja auch Menschen miteinander verbindet. Da würde ich mir schon wünschen, vielleicht, dass etwas mehr die Musik und dieses Auftreten und dieses Vor-Andern-etwas-Vormachen noch ein bisschen in den Vordergrund rücken kann, ohne dass man es bewertet, so will ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie heute in den Musikunterrichten damit umgegangen wird, ob die Kinder mal was vormachen dürfen, ob es dann gleich wieder bewertet wird und dieses ich mache was vor und kriege dafür eine Note, ist ja dann auch ein bisschen angstbesetzt. Vielleicht müsste man da im Musikunterricht noch ein bisschen offener mit sein und die Kinder noch ein bisschen mehr daran bringen, sich auch mal zu trauen, etwas vorzumachen, ohne dass es hinterher bewertet wird. Ja und ich weiß nicht, tun wir genug dafür, dass Kinder und Jugendliche zur Musik geführt werden? Es spielt ja alles irgendwie zusammen eine Rolle. Das Thema Social Media, Schule, Außerschulische. Ich meine, wenn man guckt, kennst du vielleicht auch, ich meine, die haben ja ein volles Programm, von morgens bis abends. Schule, nach der Schule, Aktivitäten, Sport, hier, das, bla bla bla. Da bleibt ja wenig Zeit tatsächlich für was anderes und dann noch Social Media und Scrolling, Doom-Scrolling kommt da ja noch dazu. Also es ist sehr schwierig, sehr schwierig. Vielleicht kann man dazu beitragen, die Leute sich besser vernetzen, vielleicht zusammen mal was zu machen, zusammen aufzutreten, was zu organisieren. Diese Vernetzung fehlt, finde ich, unterhalb der Musiker, unterhalb der Schulen. Es fehlt einfach. Alle machen so ihr Ding für sich, aber diese Zusammenarbeit, dass zugunsten der Kinder so irgendwas entsteht. Das fehlt, meine Meinung nach. Findest du das genauso oder hast du da eine Idee? Fehlt es oder ist das nur meine Sicht? Also da fällt mir spontan ein, damals beim Chor war das so, es gibt ja auch viele Chöre im Mellerraum. Da haben wir uns immer, was heißt immer, aber wir haben uns untereinander dann zu den Auftritten besucht. Und was du eben gesagt hast, diese kritische Haltung, natürlich guckt man auch, wie machen es die andere Chöre. die anderen Chöre, aber ich fand, es war immer eher wohlwollend und vielleicht, ich weiß es nicht, im Moment habe ich so das Gefühl, vielleicht sind die Chöre da so einen Schritt noch voraus und so ein bisschen besser unterwegs als die Bands untereinander. Kann ich jetzt so, kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber die Bands untereinander ist ja die Frage, wie könnte man das miteinander in Verbindung bringen? Das kann man ja dann machen, wenn man gemeinsame Abende hat. Und oft ist es ja so, wenn irgendwo auf einem Event, ich sage mal, so wie jetzt in Welling, als wir da im August gespielt haben, ist dann da eine Band, die spielt und man könnte ja, theoretisch könnte man ja auch sagen, so man nimmt jetzt zwei, die dann hintereinander, nacheinander, ist das dann wieder zu viel Konkurrenz? Weiß ich nicht, wie will man das miteinander verbinden, überlege ich gerade, wie man das zusammenkriegt? Weil das würde ja an den Menschen auch selbst liegen, mal zu sagen, komm, wir machen jetzt mal ein Bandtreffen in Melle. Sowas könnte man ja mal organisieren. Dass man sagt, so jetzt, was haben wir hier für Bands in Melle? Schreibt die einfach mal an und sagt, ey, habt ihr nicht mal Bock? Wollen wir uns nicht mal einen Arm zusammensetzen? Sind dann plötzlich viele Leute, aber könnte ja sehr schön sein. Was mir in diesem Zusammenhang noch einfällt, es gibt ja diese Session, diese Blues- und Jazz-Session. Hast du davon schon mal gehört? In Melle? Ja, genau. Das ist angefangen damals in Schniedershus hier in Riemsloh. Gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Jetzt hat das natürlich über Corona auch lange geruht, aber davor war das so, dass einmal im Monat Donnerstagabend beim Schniedershus hier in Riemsloh eine Blues- und Jazz-Session war. Da wurden dann Instrumente aufgebaut und jeder, der da Lust drauf hatte, konnte dann da hinkommen und dann wurde zusammen Musik gemacht. Das war etwas, was in diesem Bereich zumindest da auch sehr, sehr gut funktioniert hat und das waren auch immer echt total schöne Abende. Bei uns früher in der Schule, da wurden immer so Battle of the Bands organisiert. Da gab es, irgendjemand hat da eine Bühne zur Verfügung gestellt und dann konnte man sich dafür einfach anmelden. Ja, genau sowas war das. Ja, und da kannst du ja hin, kannst du ja vier, fünf Stücke machen mit deiner Band und dann würde einfach durch das Reaktion vom Publikum praktisch ein Sieger aus der Chor. Aber das war wirklich nur für Schulbands oder ganz junge, noch nicht mal irgendwie Coverbands oder halbprofessionelle, so wirklich nur diese Anfänge, die so gerade mal ein paar Stücke zusammen hatten, um die so ein bisschen zu motivieren und zu gucken, wie kommt es denn draußen an? Wäre auch so ein Thema. Ja, vielleicht gibt es sowas ja auch und ich weiß es noch nicht. Also ich bin ja auch so in meiner, sage ich mal, hätte ich fast gesagt, Bandblase und bin ja auch nicht so, dass ich jetzt alles weiß, was in Melle stattfindet und vielleicht gibt es ja sowas außerhalb der Blues und Jazz Session und ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die vor einiger Zeit mal wieder so ein Treffen gehabt haben, weiß aber auch jetzt nicht um den aktuellen Stand, wie das jetzt weiter fortgeführt wird, weil das war auch immer viel Arbeit. Da hat dann die Band Jaywalk, die haben dann ihre Instrumente zur Verfügung gestellt, weil es eben halt räumlich so nah war und das war natürlich vorher und hinterher dann auch immer viel Arbeit und da kamen dann die Musiker teilweise auch von weit her, dann auch noch zusätzlich mit ihren eigenen Instrumenten und dann wurde Musik gemacht. Das war ein echt ganz, ganz toller Abende. Du sagtest eben, das weiß ich halt nicht. Das ist auch so ein Thema. Die mediale Repräsentation solcher Veranstaltungen, die Bands, sehe ich manchmal ein bisschen kritisch. Ich habe auch ein paar Beispiele dazu, aber das will ich jetzt nicht erzählen, weil ich das alles schon erzählt habe. Aber findest du, dass es ausreichend ist, was hier an Berichterstattung, Bekanntmachung und sowas für diese kleinere Veranstaltung, für die jüngere Bands, für die kleinere Bands, für die nicht bekannten Bands, reicht das? Könnte es noch mehr sein? Also es könnte auf jeden Fall mehr sein, weil ich finde, es finden vielleicht dann teilweise so tolle Sachen statt, die vielleicht nicht genügend Raum dann bekommen. Es wird ja dann schon berichtet, wenn irgendwo irgendwelche Veranstaltungen sind, aber also mehr geht ja immer. Wenn ich mir überlege, was da teilweise dann worüber berichtet wird, könnte das natürlich noch mehr Raum haben, weil Musik einfach auch ganz, ganz wichtig ist und vielleicht auch, ja, so ein bisschen mehr auch an die jungen Leute herangetragen werden muss. Denn ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist aber auch nur mein Gefühl, dass es eher weniger wird, dass junge Leute sich für Livemusik auch interessieren. Gerade auch, wenn ich so sehe, bei unseren Kindern und der Generation, da ist es nicht so, dass die in Massen vertreten sind, wenn irgendwo Konzerte sind, sondern dann sind da welche in dem Alter, in dem wir sind und vielleicht älter, ich sage mal, vielleicht so zwischen 40 und 60, aber die 20-Jährigen sehe ich da nicht unbedingt. Das ist auch, auch ein schwieriges Thema. Wie viel ist zu viel? Das ist den Leuten dann wieder nervt. Aber zum Beispiel, das kennst du vielleicht auch noch, dieses Rubrik in der Grönigau-Rundschau. Okay, weiß ich jetzt nicht. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich bin jetzt auch nicht so die Medienleserin, bin ich nicht. Also, dass ich da jetzt jeden Tag das Meller-Kreisblatt lese, bin ich einfach auch nicht. Deswegen entgehen mir da vielleicht auch manchmal Sachen, die irgendwo stehen, die ich dann einfach selbst auch gar nicht mitkriege. Okay. Eigenwerbung macht ihr aber auch schon. Oh ja. Oh ja. Also, na klar. Also, da nutze ich, kann ich jetzt, obwohl die anderen machen das auch so, aber ich mache das halt gerne über meinen persönlichen Status, wenn wir Auftritte haben. Dann landet das WhatsApp-Status. WhatsApp-Status. Genau. Ja, also das sehen dann auch immer ungefähr an so die 200 Kontakte, die das dann auch bei mir verfolgen. Das ist natürlich immer eine gute Sache. Und dann Facebook, Instagram, da bin ich einfach auch sehr aktiv. Alleine auch schon aus beruflichen Gründen und da bin ich sehr vernetzt und da sehen das schon auch relativ viele, die das dann mitkriegen und das machen die anderen auch. Unsere Band hat eine Seite, auch bei Facebook. Facebook. Also, da nutzen wir natürlich auch Social Media, um da auch Werbung für zu machen. Finde ich auch ganz wichtig, weil damit erreicht man ja im privaten Kontext auch ganz viele Menschen. Und wenn das, ich sage mal, sieben oder acht Leute aus der Band machen und bei jedem sind es 100 bis 200 Leute, dann hat man ja schon mal einen großen Bereich an Menschen erreicht. Hattest du eigentlich Gesangsunterricht offiziell? Ja. Einmal habe ich mir das gegönnt. Nee, zweimal. Stimmt gar nicht. Zweimal. Einmal damals, als ich in den Chor eingestiegen bin, weil ich auch so eine kleine Perfektionistin bin und leider immer am Anfang denke, auch hoffentlich bin ich gut genug. Und ich glaube, ich habe mich auch weiterentwickelt, alleine auch durch den Mut, der dann irgendwann mal dazukommt, auch einfach mal Sachen auszuprobieren. Aber damals habe ich bei Bettina Landmeier, als ich in den Chor eingestiegen bin, Gesangsunterricht genommen, eine Zeit lang. Und dann noch mal, einmal in Bruchmühlen bei Marco Osterholz, Rock Voice. Bei dem habe ich mir dann auch mal so eine Einheit gegönnt und habe da mal ein bisschen Stimmbildung auch gemacht. Dafür auch eine Idee bekommen, wie bereite ich mich auf Singen vor. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, weil wir auch so ein bisschen dann Gesangsanatomie gemacht haben. Wobei ich ja aus beruflichen Gründen, dass ich Krankenschwester bin, über die Anatomie schon auch sehr gut Bescheid weiß, aber mich dann auch noch mal beeindruckt hat, wie sehr man dann auch den Körper mit einsetzen kann, um bestimmte Dinge beim Singen zu erreichen. Da geht schon eine ganze Menge. Und wie man den Körper auch vorbereiten kann, um auch mal so einen ganzen Konzertabend zu überstehen. Weil da braucht man schon auch einiges an, wie soll ich sagen, Muskulatur? Würdest du das unterstreichen? Kondition, nennen wir es Kondition. Genau, Kondition, das hätte ich jetzt auch. Ja, Kondition. Aber ich glaube, das weiß man, wenn man sieht, wie viele Kilometer da teilweise gerissen werden am Arm, besonders als Frontmann, Frontfrau. Man steht nicht still da. Man bewegt sich schon. Aber irgendwelche andere Tipps für die Nachwuchs, die vielleicht singen wollen, wollen damit anfangen. Was sollten die machen? Einfach machen. Trauen. Nicht so viel Angst haben. Ausprobieren. Und wenn es erst in der eigenen Wohnung ist, Tür zu, Musik an und singen. Und einfach mal gucken, was passiert. Ich glaube, das kommt einfach dann, auch wie vieles andere im Leben, einfach über das Tun. Einfach machen. Und Spaß daran haben, Begeisterung, Leidenschaft dafür zu entwickeln. Und wenn das kommt, dann kommt, dann passiert auch etwas zwischen den Musikern und dem Sänger und dem Publikum. Das ist ja immer ganz wichtig auch, dass es da so eine Interaktion gibt. Und wenn das rüberkommt, dann darf auch mal was schräg sein, dann darf auch mal was nicht gelingen. Das ist nicht schlimm, das wird dann verziehen. Wenn man da sympathisch rüberkommt und einfach nur Spaß hat und wenn dieser Spaß dann rüberkommt, einfach mal machen, ausprobieren. Und wenn es nichts wird, dann ist es so. Aber man hat es dann probiert. Und vielleicht entwickelt sich daraus ein ganz, ganz tolles Hobby. Ich hätte damals auch sagen können, als der Guido mich angesprochen hat, boah, das traue ich mich nicht. In der Band singen. Ich ganz vorne stehe. Nee, dafür bin ich nicht gut genug. Habe ich am Anfang auch gedacht. Ja, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Hobby geworden. Und was ich auch finde, es macht ja auch was mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das darf man auch nicht vergessen. Musik machen, singen, das macht, ja, das macht stolz. Das macht auch ein bisschen mutig. Man geht mal über seine rote Linie, man geht mal aus der Komfortzone raus und das dann übertragen in andere Lebensbereiche. Das ist ja auch nochmal etwas, wovon man dann durchaus auch profitieren kann. Was ist das Schönste, was dir passiert ist während eines Auftritts? An einen besonders schönen Moment erinnere ich mich noch, als jemand aus meiner Familie dann da war im B22, der mich auch das erste Mal hat singen gehört, kam dann hinterher zu mir und hat gesagt, boah, das war total toll. Und dann habe ich noch gedacht, wenn jetzt noch das Stück Zombie käme und in der Tat, ist nicht gelogen, wir haben es dann auch noch gesungen und das war total schön, weil er war so begeistert und dann war ich auch begeistert und das hat mir einen ganz, ganz großen Motivationsschub gegeben, weil das war auch einer der ersten Auftritte, wo ich auch sehr nervös war, weil ich wusste, jetzt sind auch viele aus dem Freundes- und Familienkreis da und dass das dann so gelungen war an dem Abend, das war sehr schön. Viel Spaß gemacht. Was hältst du vom B22? Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil so viele unterschiedliche Bereiche damit abgedeckt werden. Es macht total viel Spaß. Es war natürlich auch, als wir da jetzt in Wellingen im Park gespielt haben, ganz, ganz toll. Das Ambiente war super, Wetter wieder mal super, aber wenn es dann ein bisschen kleiner ist und ein bisschen kuscheliger, dann habe ich das Gefühl, da passiert noch mehr zwischen Publikum und Band und ich freue mich schon drauf, wenn wir da im November nochmal wieder spielen dürfen. Das wird wieder super, weil ja, es ist einfach nett da. Tolles Ambiente und macht riesen Spaß. Finde ich super, was sie da auf die Beine stellen mit dem ganzen Programm und allem, ganz toll. Und das bietet ja auch unterschiedliche, für unterschiedliche Interessen eben unterschiedliche Möglichkeiten, da auch Musik vielleicht auch nochmal neu zu entdecken. Also das auch nochmal als Tipp an alle, die da jetzt nicht so einen Zugang zu haben, einfach mal gucken, was da so stattfindet und vielleicht auch einfach mal hingehen. Was sind die besonderen Herausforderungen für Frauen, die Musik machen wollen heutzutage? Also was mir viele immer sagen, dass du dich das traust und ich komme immer wieder darauf zurück, einfach mal machen, einfach mal machen und natürlich habe ich jetzt riesengroßes Glück gehabt mit dieser tollen Band, dass wir da zusammen Musik machen und ich da auch wirklich einiges auch nochmal lernen durfte und mich auch, glaube ich, ich hoffe, die würden das auch so sehen, bestätigen, auch echt ein Stück weit weiterentwickelt habe. Besondere Herausforderungen sind natürlich, wenn man jetzt Spaß dran hat, auch eine Möglichkeit zu finden, eine Band zu finden oder eine Möglichkeit zu finden, irgendwo das dann auch auszuleben. Wenn man jetzt sagt, ich würde das gerne mal machen, ist das ja das eine und wenn man sagt, okay, ich übe jetzt auch in meinem stillen Kämmerlein, ist das auch gut, aber dann muss man ja auch eine Bühne und einen Raum haben, um das dann auch machen zu können. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es da draußen Bands gibt, die irgendjemand suchen, dass man das so gut es eben irgendwie geht, öffentlich macht, dass vielleicht, wenn da draußen welche sind, die sagen, ich würde wohl gerne und andere sagen, wir hätten wohl gerne, dass die irgendwie zusammenkommen. Also ich bleibe dabei, einfach mal, wenn es Herausforderungen gibt, machen, ausprobieren und raus und einfach tun. Wird immer wieder gesagt, aber anscheinend ist es doch nicht so einfach, das einfach mal zu machen, weil sonst würde es viel mehr Bands geben, viel mehr Musiker und das ist natürlich jetzt nur meiner Sicht. Ich persönlich finde, es fehlt an Nachwuchs. Ich weiß nicht, wer soll nachkommen? Nach Back to the Roots, nach Ivory, nach Varricose Vane, nach Under Construction. Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. Was soll da nachkommen? Ich kenne kaum welche, die sich so wie wir damals, aus dem Keller raus, eine Anlage geliehen, selbst noch die ganzen Traversen und Licht aufgebaut haben und dann einfach mal oft so eine Zeltväter da mal irgendwie gespielt haben. Das ist ein Problem. Natürlich kommt man ja dadurch über dieses Thema Auftrittsmöglichkeiten. Wir brauchen ja gar nicht reden. Das große C kam dann irgendwann mal. Das hat natürlich auch richtig was bewirkt. Aber wo als Nachwuchsband, wenn ich jetzt eine kleine Nachwuchsband habe, ich bin gerade, es geht mir ja nicht um großartig Geld verdienen, sondern ich will einfach nur die Möglichkeit haben zu spielen. Wo kann ich hingehen? In Melle und Umgebung. Also als wir jetzt in Welling da den Auftritt hatten, dann hatten wir auch eine Vorband. Ich glaube, die kam vom Gymnasium. Hoffentlich wird es jetzt nicht peinlich. Ja, ne? Ja, die kam vom Gymnasium. Genau. Das fand ich eine super Möglichkeit, dass man vielleicht schaut, wenn irgendwo Bands spielen, Nachwuchsbands eine Möglichkeit geben, dann auch mal in einem, in so einem Rahmen dann auch mal was zu machen. Da einfach auch mal sich ausprobieren zu dürfen. Das wäre das eine. Aber ich glaube, wir können noch einen Schritt zurück gehen. Denn dass es die Nachwuchsbands überhaupt gibt, es ist ja so, das muss man ja auch ganz klar sagen, das Leben wird nicht billiger. Es wird nicht günstiger. Und Musikunterricht zu geben oder das auch zu bezahlen, das haben wir ja hier auch gemerkt, das ist einfach richtig Geld, was man investiert. Ich finde, es ist super investiertes Geld. Keine Frage. Ich glaube, das ist ein Punkt. Das Leben ist teurer. Vielleicht sitzt das Geld nicht mehr so locker und dann wird es da natürlich vielleicht auch mal eher eingespart. Weiß ich nicht. Fragezeichen. Und was aber auch noch dazu kommt, ist das ganze Thema Computerspiele. Ich glaube, also das gab es ja nicht bei uns früher. Wenn wir was machen wollten, dann mussten wir was machen. Und natürlich war da die CE-Zeit auch ganz, ganz schwierig. Die Kinder konnten sich nicht treffen. Was haben die gemacht? Die haben sich virtuell getroffen. Und ich habe das ja hier auch erlebt. Und ein Stück weit ist es ja dann hinterher auch dabei geblieben. Ich meine, das sehen wir ja auch alle bei diesen ganzen Zoom-Calls und so weiter. Das haben wir uns alle sehr angewöhnt, was ja auch viele Vorteile hat. Aber es wird nichts mehr zusammen gemacht. Und diese Kombination aus, es steht Ihnen zur Verfügung, die Computerspiele zu spielen, sich als Freunde untereinander zu vernetzen, das ist mir bei unseren drei Kindern aufgefallen. Bei dem Ältesten kann ich noch die ganzen Freunde mit Namen und Gesicht und auch noch die Eltern. Bei dem dritten Kind war das dann schon anders. Die Freunde, ich wusste, dass es sie gibt. Ich wusste auch, es gibt da irgendjemand, der heißt so und der heißt so, aber ich hatte keine Gesichter mehr dazu, weil die sich nicht mehr so getroffen haben wie mit dem Ältesten. Und das finde ich schon auch sehr bezeichnend. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit mit ist. Wir hatten früher keinen Computer. Wir hatten das alles nicht. Wir hatten kein Social Media, kein Handy, kein Facebook, kein Netflix. Wir hatten das alles nicht. Und ich glaube, dass dadurch einfach ein riesengroßes Zeitfenster mehr zur Verfügung stand, wo wir dann solche Dinge machen konnten. Vielleicht kommen die heute gar nicht mehr auf die Idee. Es gibt Singstar. Aber das ist ja, ja, weißt du, also das ist ja das, womit die sich dann jetzt heute beschäftigen. Aber das ist ja nicht, das ist ja kein, wir machen Musik zusammen. Könntest du dir vorstellen, eine junge Sängerin so unter die Fittiche zu nehmen, so als Mentor und die dann so ein bisschen zu coachen, zu sagen, so, du kommst noch mit zur Probe, du kannst mal ein paar Stücke und so weit zu bringen, dass die dann irgendwann mal bei euch sagt, so, du kannst heute Abend, wir haben da einen Auftritt, du kommst mal mit drauf und dann singst du erst mal zwei, drei Stücke. Solche Aktionen zu machen? Das ist eine super Idee, würde ich auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine gute Lehrerin da bin, weil ich mache das ja selbst auch aus Hobby. Aber was ich weiß, was ich könnte, ist die Motivation rüber zu bringen und zu sagen, komm, trau dich. Ich nehme dich an die Hand. Wir üben vielleicht erst mal bei mir im geschützten Rahmen und zwar so lange, bis du dich so fühlst, dass du sagst, jetzt traue ich mich, das mal unten im Keller zu machen, weil die Fenster sind zu, die Türen sind zu. Das muss ich sagen, war für mich ja am Anfang auch eine Herausforderung bei den fünf Männern, also dem Kern der Band, die alle schon so lange zusammen Musik machen und auch wirklich ja auch super Musiker sind, mich dann da hinzustellen und mich zu trauen, auch mal Dinge auszuprobieren. Ich wollte das dann immer alles schick und schön machen, aber es geht ja manchmal auch darum, nicht schick und schön, sondern mach mal Gas und probier mal aus, wenn es scheiße klingt, egal. Mittlerweile bin ich so weit, aber das war ja auch ein Prozess. Und ich bin jetzt keine 20 mehr, ich bin jetzt 53, das ist natürlich dann auch noch mal eine ganz andere Lebenserfahrung, und da gehört schon Mut zu. Und ich glaube, wenn man dann jemanden an die Hand nehmen würde, um zu sagen, wenn du das mal ausprobieren möchtest, bieten wir dir mal den Raum dazu. Klar, auf jeden Fall. Kannst du mal bei deiner Bandkollegen mal ansprechen? Das kann ich mal machen. Ja, ich überlege mal, wenn jeder in der Band eine an der Hand nimmt, der Bassist nimmt einer, der Lust drauf hat, Bass zu spielen, der Schlagzeuger nimmt einer mit dazu. Es muss ja nicht so ein ständiges Ding sein, wenn einfach mal, oftmals ist es so, du brauchst nur jemanden, der Händchen hält, um diese ersten Schritte zu überwinden, dass die dann merken, okay, das ist was. Oder die gleich sagen können, nee, will ich nicht. Haben wir in der Tat in der Band schon gehabt, und zwar hat von dem Gitarristen der Sohn einmal auch ein Stück auf dem Schlagzeug. ich glaube, ich war bei dem Auftritt nicht dabei, aber das haben wir in der Tat schon mal so praktiziert, dass natürlich dann, aber das sind dann die eigenen Kinder, die sowieso mitkriegen, Mama und Papa machen Musik. Also einfach mal aus der Band rausgehen. Also sollte das jemand hören, die sagt, Mensch, da hätte ich mal Bock zu, das würde ich unbedingt gerne mal ausprobieren, würde ich sagen, wäre mit Sicherheit kein Problem. Herzliche Einladung. Wir hatten vorher die Frage, schönste Situation auf der Bühne? Oh, jetzt willst du die schlimmste wissen. Die schlimmste? Oder die schlecht? Also es geht natürlich schneller, weil sowas Negatives behält man natürlich besser. Ja, das war in der Tat, als wir im Fachwerk in Welling gespielt haben und ich meine eigentlich so sicheres Stück Like the way I do von Melissa Etheridge mit einem Part raus war, dann hilft es dir auch plötzlich gar nichts mehr, wenn du den Text auf deinem Tablet vor dir laufen hast, einmal verhaspelt und das ist ein Gefühl, also die Frisur war hinterher im Eimer, weil plötzlich steigt eine Hitze in einem auf und du denkst, wie kriege ich das jetzt hin? Ich habe es dann irgendwie hingekriegt und es ist, wie gesagt, nur wenigen aufgefallen, weil das Schlimmste, was man dann ja machen kann, ist aufhören. Das ist ja ein No-Go. Also ich weiß nicht mehr, was ich da gesungen habe. Ich weiß auch nicht, wie oft ich die gleiche Passage, irgendwann hatte ich mich dann wieder gefangen. Aber das war in der Tat schon ein Moment, der war echt richtig blöd. War klar, dass der irgendwann mal kommt, aber ging dann auch irgendwie. Aber das war auch nachhaltig. Also die nächsten Male, als wir dann das Stück gespielt haben, war ich an der Stelle auch immer ein bisschen, war ich immer ein bisschen nervös. Also das war schon die blödeste Situation. Wo würdest du am liebsten spielen? Veranstaltungsort? Gibt es einen ganz besonderen Auftrittsort oder Festival oder sonst irgendwas, wo du wirklich gerne mit der Band auftreten würdest? Auftreten würde? Also was ich bis jetzt, was super schön war, war natürlich die Auftritte in Welling im Bürgerpark, aufgrund des schönen Ambientes, wo ich auftreten würde gerne. Ja, also ich habe eine Sache, auf die ich mich sehr freue, wo ich gerne auftreten würde, die wir aber auch schon festgemacht haben. Und zwar ist es nächstes Jahr, werden wir hier nochmal ein Hoffest machen. Und hatte die Band gefragt, wir haben das schon öfter gemacht, hier so eine Hofparty. Und da habe ich die Band gefragt, hättet ihr Lust, da mitzumachen? Und das soll tatsächlich nächstes Jahr stattfinden. Und darauf freue ich mich sehr. Hier auf dem Hof. Ja, hier auf dem Hof. Genau, haben wir schon mal gemacht damals mit der Band Faro und Jaywalk. Die haben beide hintereinander hier gespielt und anschließend dann noch ein bisschen DJ und das war eine richtig supergeile Party. Zum Glück haben die Nachbarn mitgemacht. Ich hoffe, das werden sie dann beim nächsten Mal auch wieder machen. Aber das ist etwas, darauf freue ich mich schon sehr, weil das natürlich ja auch nochmal schön ist, dann alle Freunde, Bekannte und so weiter da zu haben. Ja. Ist das dann öffentlich oder? Naja, auf dem Hof ist ja sowieso öffentlich. Das kriegt ja jeder mit. Ja, genau. Also wie gesagt, da sind wir wieder da. Die Nachbarn hören dann gute Musik, ob sie wollen oder nicht. Nein, also das wird keine öffentliche Feier sein. Das wird schon eine Feier sein, wo wir dann auch gezielt zu einladen, weil ich sonst natürlich auch Bedenken hätte, dass uns das hier aus dem Ruder läuft. Nein, das wird schon im privaten Rahmen sein. Aber darauf freue ich mich sehr. Das wird ein besonderer Abend, hoffe ich jedenfalls. Einfach machen. Das habe ich sehr häufig gehört. Ist aber auch schwierig umzusetzen, einfach machen. Wenn du jetzt zurückblickst, deine 20-Jährige selbst und du hast jetzt die Möglichkeit, diese Person, diese junge Person, einen Rat zu geben. Was würdest du raten? Also ich würde ihr gerne von meiner Erfahrung erzählen, dass gemeinsam Musik zu machen etwas total Bereicherndes ist. Ich weiß nicht jetzt, wie ich das in schöne Worte packen soll. Also das macht ja auch was mit einem, zusammen Musik zu machen. Und ja, würde schon sagen, du wirst es nicht bereuen. Mach es auf jeden Fall. Und ja, trau dich, auch wenn, ja, auch wenn du denkst, das ist nichts für mich oder das kann ich nicht. Es ist etwas, was mich so die Musik in unterschiedlichsten Bereichen so durch mein ganzes Leben so begleitet hat. Und wenn ich auch so an die Chorzeit zurückdenke, was wir da auch so erlebt haben, denn Band und Musik machen ist ja nicht nur Musik, sondern es sind ja auch die Menschen, die dahinter stehen, die man dann besser kennenlernt, mit denen man was zusammen macht und was man dann gemeinsam erlebt und was es auch mit einem macht, wenn man auch dann mal Auftritte hat. Natürlich kann man in seinem Kämmerlein sitzen und das für sich selbst machen, aber wenn man dann auch mal rausgeht und das, was man geübt hat, auch zeigt und anderen mitgeben kann, das ist einfach ein ganz besonders tolles Hobby. Ich finde, es ist wirklich auch ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung. Kann man das so sagen? Siehst du das auch so? Das macht was mit einem. Ja, natürlich. Das macht ganz viel. Ja, scheiße auf die Meinung von den anderen. Genau. Definitiv. Da sind wir wieder dabei, einfach machen. Es ist nicht immer einfach. Also das Einfach heißt ja nicht, dass es leicht ist, das zu machen, aber mach es doch einfach. Obwohl, da muss man ja auch aufpassen, weil natürlich gibt es auch Sachen, die man auch Kritik auch annehmen kann. Die konstruktive Kritik ist ja immer willkommen. Auf jeden Fall. Also ich hätte einiges zu sagen, aber dann, das ist so typisch Vaterverhalten, aus einem Rad wird dann Monolog. So, und du musst da so und so. Das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Ich hatte ja eigentlich immer ein klaren Ziel. Ich wusste immer, wo ich hin wollte. Ich habe es leider bis heute nicht geschafft. Nicht so wirklich. Warum? Jetzt kehren wir das Interview mal ein bisschen um. Ja, können wir gerne machen. Vielleicht bleibt es auch sogar drin. Wer weiß. Ja, aber warum? Was wolltest du erreichen, was du nicht erreicht hast? Perfektion. Nein, ich wollte tatsächlich als Sänger oder vom Musikmachen leben können. Ah, okay. Tatsächlich professionell. Also den Anspruch, den hatte ich nie. Mir fällt noch ein Aspekt ein, der bei uns in der Familie auch passiert ist, über die Musik. Also Musik heißt ja nicht immer nur Musik machen und singen, sondern unsere Tochter hat sich im Bereich Tanzen entwickelt, was ja dann auch etwas mit Musik zu tun hat. Und ich glaube, dass das auch dadurch, dass wir ihnen schon sehr früh auch so den Zugang zu Musik ermöglicht haben, auch nochmal Einzug mitgehalten hat. Also da hat die Musik auch nochmal in unserer Familie eine andere Rolle bekommen, nämlich über diese, ja, erst Sport, Tanzen und jetzt die berufliche Entwicklung, dass sie in Bielefeld an der staatlichen Schule ist und eine Ausbildung als Tänzerin macht. Natürlich habe ich ja nur in diesem Bereich zu tun. Also mit Tanz habe ich ja so gut wie gar nichts zu tun. Gehört aber auch dazu. Comedy, dieses Comedy und Käsebrot, das ist anscheinend bei denen total erfolgreich. Aber ich habe damit keine Berührungspunkte. Das sind so Sachen, die kommen vielleicht irgendwann mal. Dann werde ich die auch mal irgendwie versuchen, vor das Mikro zu kriegen. Dann eigene Horizont erweitern. Aber im Moment ist mein Schwerpunkt eben halt nur die Musik. Nur. Und da gibt es auch schon genug zu tun. Aber es gehört dazu. Ja, auf jeden Fall. Ganz klar, dieses ganze kulturelle Bereich. Sei es Klassik, sei es Blaskapelle, sei es Chor, Sänger, Bands, was weiß ich, was es da draußen alles gibt. Und es muss die Leute geben. Also die Musikschulen sind angeblich auch voll. Bis oben hin, da kriegst du keinen Platz mehr. Okay. Ob Musizieren fast zu einer Sache der Privilegierten geworden ist. Ja. Wenn man die Preise so anschaut. Und man geht zu dieser Musikschule, wo die Katrin Remmert, wie heißt es denn noch? Musikhof. Musikhof Melle. Ihr Ding ist halt, da gehe ich auch mit einher. Ich stimme ihr zu. Musik, Unterricht in der Gruppe funktioniert nicht. Das geht nicht. Du musst schon eins zu eins. Einzelunterricht. Einzelunterricht. Dementsprechend sind die Plätze dann eben ein bisschen rarer und das wird dann teurer und so weiter und so fort. Also gut, du kannst es günstiger kriegen. Guckst du online bei Kleinanzeigen, vielleicht bietet da jemand irgendwie Unterricht an. So hatten wir damals den Studenten, der eben halt Musikstudent war und dann unseren Ältesten im Schlagzeug unterrichtet hat. Genau. Sich ein Taler nebenbei verdient hat. Wüsste nicht, wie ich das machen sollte, wenn alle fünf bei mir zu Hause sagen würde, ich will jetzt ein Instrument. War immer mein Traum. Ich dachte, fünf Kinder, okay, da kannst du ja auch schon eine Band starten. Das ist die Band. Das ist die Band perfekt. Die ist schon komplett. Aber das, nee, das wäre ja finanziell gar nicht zu wuppen. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich meine, das ist ja immer so, dass wo mehr Geld zur Verfügung ist, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Da ist Bildung in manchen Bereichen schon noch ein bisschen einfacher und da gehört die Musik natürlich zu. Und wenn Kinder ein Musikinstrument lernen, ist es ja nicht nur, dass sie das Instrument lernen, sondern sie lernen natürlich dann auch ein Stück weit Disziplin. Sie lernen auch mal, Frustration auszuhalten. Sie lernen mal durchzuhalten, wenn es auch mal nicht klappt. Sie lernen stupide, vielleicht einfach mal einen Part immer wieder und wieder und wieder zu machen, so lange, bis es dann klappt. Das macht ja auch was mit den Kindern. Und das ist ja auch etwas sehr Wichtiges, was wir, das muss man ja auch sagen, im Leben dann auch immer mal wieder brauchen. Durchhalten und immer mal etwas wieder tun, so lange, bis ich es dann beherrsche. Das lernt man da natürlich auch. Und dann aber auch, das Erfolgserlebnis zu haben, wenn es dann plötzlich durch dieses viele Üben schön wird. Sei es, dass es schön klingt, sei es, dass man mit anderen schön was zusammen machen kann, tolle Musik zusammen machen kann. Das bringt denen ja auch was bei. Aber ganz klar, es ist auch ein finanzieller Faktor für so eine Familie. Und da muss man die Kirche noch mal hervorheben und loben, weil unser Sohn wollte auch singen. Der ist jetzt bei Daniel Skipper im Kirchenchor und singt damit. Sehr gut. Und das kostet natürlich nichts. Ja. Durch diese Kooperation, die sie haben mit der Grundschule im Engelgarten. Ja, vielleicht kann man sowas dann noch mehr publik machen, dass da noch mehr gesucht werden. Abschließende Frage. Also im Abschluss mache ich das. Dann hast du jetzt für dich beziehungsweise die Band jetzt Zeit, Werbung zu machen. Wo trittet ihr als nächstes auf? Weißt du das so aus dem Kopf? Also das nächste Mal sieht man uns als Band Under Construction dann am 9.11. im B22 in Buhr. Und danach, was liegt an? Was liegt dem, da sind wir ja schon im neuen Jahr. Fast. Da kommt nur noch Weihnachten. Was liegt dann bei euch so an? Was habt ihr vor? Habt ihr neue Stücke zum Einproben? Was liegt denn bei euch so an? Also es gibt immer mal wieder auch neue Stücke, die wir natürlich dann einproben. Die verrate ich natürlich jetzt nicht, ist klar. Ja. Und ja, es gibt auch schon ein paar Auftritte wieder im nächsten Jahr. Also im Sommer haben wir jetzt auch schon wieder was. Dann ist Welling Rockt im August nochmal. Also ein weiterer Termin ist jetzt im Fachwerk nächstes Jahr im März und dann im Sommer, dann im August auch noch wieder Welling Rockt. Also so ein paar Sachen haben wir jetzt schon. Dann hier die Hofparty. Genau. Und der TSV Riemsloh hat nächstes Jahr auch sein 100-jähriges Jubiläum. Und da werden wir dann in Riemsloh dann auch mal spielen. Das ist natürlich für mich dann auch ein Heimspiel. Freue ich mich auch sehr drauf. Also es gibt schon wieder ein paar Termine nächstes Jahr und es wird natürlich auch wieder ein paar neue Stücke geben. Ja, es bleibt spannend. Und ansonsten ist die Band auch bei Facebook, hast du gesagt? Ganz genau. Bei Facebook findet man uns auch unter Under Construction. Genau, da werden wir natürlich auch immer die Termine reinsetzen, wann wir wo wieder zu sehen und zu hören sind. Meine letzte Frage ist immer dasselbe. Die sogenannte 500.000-Euro-Frage. Oh. Also stell dir mal vor, ich bin ein reicher Geschäftsmann und ich habe jetzt 500.000 Euro locker. Oh. Ich bin aber auch Musik begeistert. So, und dann komme ich zu dir und sage, hier, liebe Susanne, hier habe ich 500.000 Euro, die gebe ich dir. Du kannst damit machen, was du willst. Okay. Bedingung ist nur, es muss irgendwie die lokale Musikszene zugutekommen. Was würdest du damit machen? Mit 500.000 Euro? Genau. Also hättest du mich das vor einiger Zeit gefragt, hätte ich gesagt, ich kaufe Schnieders Hus, damit wir da weitermachen können mit dieser Blues- und Jazz-Session und ich glaube, dann hätte ich gesagt, da wird jetzt investiert, damit hier in Riemsloh, in diesem tollen Lokal, was da war, da waren wir alle damals sehr, sehr traurig, als das aufgehört hat, weil das war wirklich ein ganz, ganz toller Termin im Sommer draußen, dieser schöne Biergarten. Dann würde ich sagen, das hätte ich gekauft und hätte dann gesagt, so, da machen wir jetzt richtig was draus, Musikszene, Melle, Schnieders Hus, Riemsloh ist ein weiterer Anlaufpunkt. Im Moment würde ich sagen, so, Jungs, wir müssen uns mal zusammensetzen, nächsten Donnerstag, wir müssen reden, ich habe hier 500.000 Euro, was meint ihr, wie können wir das möglichst Gewinn bringt für die Meller-Musikszene einsetzen? Alleine wäre ich da jetzt überfordert, würde mir Hilfe holen von außen, aber ich bin mir sehr sicher, wir wären da sehr kreativ, also sag Bescheid, wenn es soweit ist, ich kümmere mich. Ja, Kneipensterben ist nicht nur Kneipensterben, sondern damit sterben auch Veranstaltungsorte weg. Richtig, damit ist auch, dass Schnieders Hus weggefallen ist, ist auch wirklich ein Veranstaltungsort weggefallen, wo, ja, wo eigentlich ein tolles Musik-Event seinen Raum hatte, wirklich Raum im wahrsten Sinne des Wortes und das war sehr bedauerlich, also es ging dann irgendwie weiter, aber das hatte schon, ja, das hatte schon auch irgendwie so seinen Namen, ne? Viele wussten, Schnieders Hus, jeden ersten Donnerstag war das, glaube ich, und dann geht man da hin und da ist Blues- und Jazz-Session und das waren immer ganz, ganz tolle Abende, weil kein Eintritt, der Laden ist aus allen Nähten geplatzt, teilweise, ne? Die Leute haben wirklich sich da gedrängelt und gequetscht und, ja, das war etwas sehr, sehr Schönes und draußen natürlich dieses Ambiente, was da in diesem Biergarten war, das waren ganz, ganz tolle Abende. Ne, ich möchte einfach nur Mut machen, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, wirklich, wer Lust hat dazu, kümmert euch, sprecht Leute an, fragt Menschen, also wer sagt, ich möchte das einfach mal ausprobieren, sich zu trauen, auf Leute zuzugehen, die selber schon Musik machen und ich glaube, jeder, der Musik macht, ist da sehr offen, Nachwuchstalenten irgendwie auf die Beine zu helfen, wenn man irgendwo eine Möglichkeit dazu hat, dann sich auch zu trauen und wenn man mal einen tollen Auftritt gesehen hat, vielleicht auch die Band einfach mal ansprechen, Mensch, ich würde auch gerne, habt ihr eine Idee, wo kann ich was machen? Ich glaube, da ist jeder hilfsbereit und froh, wie du auch schon sagst, wenn es irgendwie weitergeht. Ja, ist einfach so. Ja, und was ist denn Live-Musik? Wie toll ist das denn, wenn das aussterben würde und es gäbe keine Live-Bands mehr, weil wir alle irgendwann mal zu alt sind und einfach nicht mehr auf die Bühne gehen und das würde so langsam wegbröseln, dass man sagt, ja, so als Oma oder Uroma, ja, wir haben früher noch Musik gemacht auf Bühnen, da waren Leute, die haben zugehört und das gäbe es nicht mehr, das wäre natürlich super schade und nicht nur die Profis, sondern auch die heimischen Bands, die heimischen Bands, die heimischen Musiker und die Leute vor Ort, die eben nicht damit Geld verdienen und nicht so professionell sind und nicht perfekt sind, aber trotzdem es schaffen, Massen dazu zu bewegen, zu singen und zu tanzen. Ja. Das ist etwas sehr Schönes. Wird es denn noch in 20 Jahren Live-Musik geben in der Form? Bestimmt, sind wir mal positiv. Wir tun ja was dafür, du tust was dafür und ja, wenn das an die passenden Leute kommt, hoffe ich einfach mal, ich sage mal ja. Ja, dann sehen wir uns noch in 20 Jahren. Jawohl, sehr gerne, gar kein Problem. Susanne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Herzlich gerne, sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Das war's für diese Folge von Intune. Wir bedanken uns herzlich bei dir fürs Zuhören. Es bedeutet uns wirklich viel, dass du jede Woche dabei bist und unseren Podcast unterstützt. Wenn dir der Podcast gefällt, kannst du uns gerne unterstützen, indem du die Folgen mit Freunden teilst oder uns auf die Webseite BuyMeACoffee einen kleinen Kaffee spendierst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft uns, den Podcast weiterhin für dich zu machen. Du kannst den Podcast übrigens auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube hören. Und auf unserer Webseite findest du alle Episoden und viele weitere Infos an einem Ort. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wir freuen uns auch immer über deine Vorschläge für neue Gäste. Schick uns gerne deine Ideen, wenn du jemanden hast, den du gerne im Podcast hören würdest. Wir freuen uns darauf, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin. Stay in Tune. Stay in Tune.